Also herzlich willkommen. Okay, viel Spaß und danke und genießt den Tag am Fulmer. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jawohl, das ist er, der Pole. Alle schauen gespannt hin und sieht Preots fliegen. Und weint es. 20, jetzt. Und er fliegt und fliegt und legt, hält sie ihn auf. Stefan Kraft im ersten Ortgang auf 212,5 Meter. Und jetzt Depeche. Davide Presadola, Italien, Italien. Und jetzt ist es grün. Und jetzt kommt das Freizeit-Pod-Chef-Trainer, Alex Stöckel, für. Und hier die Führung zu übernehmen, jetzt ist es grün für B.T. Vasilev Russland-Russia. Oh, wer mag den Kult? Das kann man ihm ansehen. 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 Das kann man ihm ansehen.